Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem 6. Juni 2022. Heute Abend war sie da, die Apple Keynote. Und was hat Apple da nicht nur aufgetischt? Ich habe im Vorgang dem Mike noch gesagt, wir werden dieses Jahr nicht viel Hardware sehen, weil Chip-Krise und so weiter ist alles schwierig. Entweder konzentriert sich Apple komplett darauf, auf eine neue, ach, was war das damals, Snow Leopard? Also einfach eine kleine Stufe, ein ganz ruhiges Update zu fahren, indem sie einfach Stabilität bringen und nicht viele neue Features. Das wäre eigentlich kein schlechter Move gewesen. Dadurch, dass aber jetzt die Chip-Krise und wir wahrscheinlich auch das eine oder andere Gerät nicht so schnell sehen werden, wie wir es hoffen, hat Apple eines nach dem anderen vorgelegt. Ich bin gar nicht nachgekommen mit dem Tippen von den einzelnen Messages. Es ist einfach unglaublich, was Apple da alles rausgeschmissen hat. Man merkt es vielleicht. Ich bin ganz dezent gehypt. Und ja, was habe ich gemacht? Ich muss mal kurz zählen. 428 Screenshots von der ganzen Keynote. Apple hat einiges gezeigt. Das wären vor allem Neuigkeiten für die Entwickler. Und das ist das Tolle. Die WWDC ist eine Entwicklermesse. Da geht es darum, dass die Entwickler Neuigkeiten sehen, was sie dann umsetzen können, was dann im Herbst für uns in die finale iOS, iPadOS, Apple TV OS, Mac OS und in Watch OS und wo auch überall noch reinfallen wird. Zum Beispiel bekommt ihr auf dem iPhone endlich die Möglichkeit, den Lockscreen zu editieren. Ihr könnt endlich iMessages im Nachhinein editieren. Twitter lässt grüssen. Ihr könnt, oh mein Gott, was war das noch? Wallets teilen über iMessage, über Mail, über WhatsApp. Vor allem hat Apple gezeigt, dass sie die ganzen Funktionen auch eben für andere Apps anbieten werden. Bei Apple Pay kommt Apple Pay Later, wo die Rechnung einfach auf drei bis vier Monate aufgeteilt wird und ein Tracking dringend, das direkt mit reinkommt. Das heisst, wenn ihr was bestellt, bekommt ihr auch gleich die Information, wo das Paket sich aktuell befindet. Bei Fotos könnt ihr die ganzen Bilder in der Familie sharen. Ihr könnt sie einfacher bearbeiten. Ihr könnt einzelne Personen und so weiter rausnehmen, Tiere rausnehmen und dann über iMessage verschicken oder wo auch immer in ein anderes Bild reinmachen. All diese Dinge klingen extrem spannend, vor allem bei iOS und iPadOS. Ja, da ist einiges dazu gekommen, was mich als Familienvater natürlich freut. Auch die Möglichkeit, die Verwaltung der Kinderkonten etc. Da freue ich mich schon sehr drauf. Auch Quick Notes hat den Weg aufs iPhone gefunden oder wird den Weg aufs iPhone finden. Bei HomeKit gibt es diverse neue Anpassungen. Optischer, aber auch funktioneller Struktur. CarPlay wurde angepasst. Im nächsten Jahr kommen ganz viele Updates für einige Automarken. Mit grossen Bildschirmen und mehreren Bildschirmen. Da freue ich mich schon drauf. Könnte ich fast ein neues Auto kaufen, hätte ich nur das Geld dafür. Aber das gebe ich ja schon aus für die ganzen neuen Apple Devices. Ja, ich muss mal kurz durchschnaufen. Was kommt? Genau, das iPhone wird neu auch eure Fitness mittracken, wenn ihr das möchtet. Für den Fall, dass ihr keine Apple Watch habt und dennoch auch von dem ganzen Fitness-Boom mit profitieren möchtet und ein paar Ringe füllen möchtet. Mit FaceTime könnt ihr aktuell oder neu dann ab Herbst Gespräche, die ihr, wie wir vorher schon vom iPhone her, von der Apple Watch und vom iPad und vom Mac her kannten, einfach übergeben. Vom Telefon auf das iPad, vom Telefon auf das Mac, je nachdem was ihr habt, ein stationäres Modell oder ein mobiles Gerät und so weiter und so fort. Share, Play, Möglichkeiten sind noch mehr gegeben, Spiele, Geschichten. Es gibt ein Desk View, ihr könnt euer iPhone auf euren Bildschirm und oder auf das MacBook klemmen und dann als Webcam nutzen, als bessere Webcam und sogar ein Split View mit zwei Kameras, wo dann von oben nach unten ein Screen. Wow. Ich bin sehr gespannt, wie gut das dann schlussendlich funktionieren wird. Mehr Notizen habe ich mir nicht gemacht, aber ich würde sagen, ich schwere mich weiter mit dem Mike, denn der kommt nächstens online und wir werden für die Geek Talk News Episode ein bisschen was machen. Also was haben wir gesehen? Wir haben wirklich tolle Möglichkeiten gesehen, die Entwickler an die Hände bekommen, um da neue Apps, neue Möglichkeiten zu entwickeln, neues Ökosystem, noch mehr zu integrieren. Und dann hat Apple ein bisschen Hardware gezeigt, MacBook Pro, MacBook Air und zwar mit M2-Chip. Viel schneller, nochmals deutlich schneller. Ja, halt viele Zahlen, die man dann sehen muss. Ich meine, für die meisten war der M1 schon recht stark über allem drüber. Aber ja, jetzt gibt es den M2. Ich wäre ein totaler Kandidat für den MacBook Air. Da gibt es zwei Modelle ab 1379 in Schweizer Franken oder 1699, das grössere Modell. Auch neue Adapter. Ich muss jetzt einfach aufhören. Ihr hört, ich bin dezent gehypt. Ich sollte solche Aufnahmen nicht nach einem Event machen. Dieses Mal war es einfach ein bisschen ziemlich viel, aber es war schön. Und Technik soll ja auch Freude machen, Technik soll begeistern, Technik soll einfach, ja, Freude bringen. In diesem Sinne, ich höre auf. Euer Pukipsi. Bis bald. Tschüss. Ach ja, morgen gibt es wieder eine normale Sendung. Ein bisschen ruhiger und gesetteter. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.